Du hast von Faschismus gehört und fragst dich, was das bedeutet? Hier erfährst du alles Wichtige dazu. Also dranbleiben! Du willst die besten Lernvideos für Schüler und Studenten? Dann komm auf studyflix.de oder hol dir unsere kostenlose App! Der Faschismus ist eine politische Bewegung und vertritt rechtsextreme, fremdenfeindliche und rassistische Ansichten. Jemand, der die Einstellung teilt, ist also ein Faschist. Seinen Ursprung hat der Faschismus im 20. Jahrhundert in Italien. Vielen Menschen ging es nach dem Ersten Weltkrieg sehr schlecht. Die demokratische Regierung in Italien war geschwächt und konnte nicht viel tun. Darum waren die Leute unzufrieden. Sie sehnten sich nach einem starken Anführer, der die Probleme bereinigt. Die Unzufriedenheit der Leute nutzte Benito Mussolini, um an die Macht zu kommen. Durch seine Art und sein Auftreten hat er es geschafft, die Bevölkerung für seine extremen Ansichten zu begeistern. Er hat in Italien eine Diktatur errichtet und mit Gewalt und Terror über das Land geherrscht. Solche faschistischen Diktaturen gab es auch in anderen Ländern in Europa und Südamerika. Besonders in Deutschland waren viele Menschen nach dem Ersten Weltkrieg unglücklich. Adolf Hitler hat das ausgenutzt, um zusammen mit seiner Partei, der NSDAP, Deutschland in eine Diktatur zu verwandeln. Hitler nahm sich dabei für seine eigene politische Bewegung, den Nationalsozialismus, den Faschismus in Italien zum Vorbild. Er hat später zum Zweiten Weltkrieg geführt und Millionen von Menschen das Leben gekostet. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg endeten faschistische Diktaturen in Europa. Der Begriff stammt vom lateinischen Wort Fasces ab und bedeutet Routenbündel. Die waren im alten Rom ein Symbol für Macht. Für Faschisten steht das Routenbündel für Einheit und Stärke. So kannst du nämlich eine einzelne Route zerbrechen, aber nicht das ganze Bündel. Damit steht es bildlich für die ganze Gruppe. Für Faschisten ist ein Mensch allein zerbrechlich wie eine einzelne Route. Schließen sich jedoch alle Leute zusammen, so werden sie zu einem Routenbündel. Darum wollen Faschisten, dass sich jeder Bürger ihrer Bewegung unterwirft, um die Gruppe stark zu machen. Fassen wir also die wichtigsten Merkmale des Faschismus zusammen. Auffällig sind vor allem die politischen Ansichten von Faschisten. Sie sind rechtsextrem, rassistisch und fremdenfeindlich. Wie du bei Mussolini und Hitler gemerkt hast, sind faschistische Regierungen nicht demokratisch. Stattdessen existiert nur eine Partei, die mit Gewalt und Terror herrscht. Außerdem gibt es einen charismatischen Führer, dem sich alle unterwerfen müssen. Neben dem Faschismus gab es im 20. Jahrhundert auch andere große politische Bewegungen. Eine besonders wichtige davon war der Kommunismus. Schau dir am besten unser Video dazu an, um alles über den Kommunismus zu lernen. Bis gleich! Ihr habt das Video gefallen? Für mehr kostenlose Videos, komm auf studyflix.de und hol dir unsere App.